so ein traditionelles haus des so ein haus ist selten hier zu sehen da wohnen auch schon mehrere familie das sind ja nur noch mal in der debattung oder in kumbanguni schön oder ist sehr original da sind ja die tauben die tauben das gibt auch schon hobby hier tauben zu halten als hobby ja also da werden die dann auch schon freigelassen die fliegen so rum die kommen alle wieder zurück ja die kommen alle wieder zurück ja die wissen schon wohin die dann zurückfliegen sollen ja so wenn die fliegen dann hört man auch die locker so dass er wie pfeifen hier so stadt statt hunde oder katzen oder sonst dann hat man ja vogel im allgemeinen nicht nur tauben sondern auch vögel nein also einfach mal zum gucken ja schon für stahl so aus bambus ganz einfach hier auf dem berg sieht man so ein haus so ein vogel das ist aber kein tauben so einig Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, sind auch wieder Kühe da Ist auch eins da Untertitelung des ZDF, 2020 Auch wieder Weißfutter Bananen, Früchte Bananen, Früchte Bananen, Früchte Bananen, Früchte Bananen, Früchte Bananen Maracuja 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 Das sind die Pflanzen von Maracuja Das ist der Maracuja Die sieht aus wie ein Apfel So Guck mal Oh, so viele Früchte Maracuja Maracuja Ja, das wird wie Weintrauben oder die Pflanzen meine ich hier Fast selber Hammer Aber die noch nicht reif Nein Dauert noch ein bisschen vielleicht Dazu noch die Zwiebel hier Da gibst du auch schon Oh Gott Zu warm, ne? Das ist gut Zu warm Der Freund hat auch das gemacht, ne? Hat auch seinen Freund gemacht, der also den Kopf so waschen Weil es warm ist, ne? Ja, weil es weiß dann auch nicht so weg Aber es ist gut Es ist kühlt etwas Es wird gebaut, ja? Es wird gebaut, ja? Ja, du Kונigier Kommt K Яdala Das ist Kunde K Sweet Kine Kini Kine 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 Video Kine 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 Zufall, Bananen überall. 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 Springen? Nein. Die schwarzen Affen sind scheu. Die bleiben einfach nur an den Bäumen. Springen von einem Asp zu dem anderen. Zufall, Bananen überall. So hat er gemacht. so ist ja nicht schlimm dass er beten egal wie er betet es geht mir er war noch jung er war nicht krank dafür die matratze zu gehen ich meinte jetzt verboten er konnte woanders gehen anstand so bei liege weißt du was ich meine der war faul den moment daneben zu gehen und andere zimmer oder mal kurz